Oh, du Junge, was kannst du eigentlich? Hol mal den Hammer da aus der Wand jetzt. Komm, ich hab meinen Schraubenschlüssel da im See vergessen. Ja, klasse. Rudi, wie läuft's bei dir? Das Ding ist für 80 Kilo ausgelegt, nicht für 260. Moritz, wie läuft's da drüben bei der Mauer? Ja, sieht gut aus.